Und los. Ich verkacke jetzt eh die erste Kurve. Ja, ist. Boah scheiße ey, ich bin voll auf zwei Rädern gefahren. Nein, Mann. Oh, Glück gehabt. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Boah, fuck ey. Ich bin dritter. Ach, der Fabi anderthalb Sekunden schneller. Na, sei froh, dass es die Einflugungsrunde war, sonst wär's ja jetzt volle Kanne. Das Geilste war ihm. Ja, das ist, nur die eine Ampel ist eine Sekunde rot und dann geht's los. Das Geilste war vorhin. Fabi und ich sind in Russland gefahren, Einflugungsrunde. Vettel schießt da vorne weg, als wollte er einen neuen Rundenrekord aufstellen. Da muss ich sehen, dass ich das Rennen hier aufnehme. Ja. Ey, guckt euch mal wo die anderen sind, wir sind hier vorne voll weit weg. Danke. Wir essen zeitig. Haha. Ich hab gedacht, ich muss ein bisschen langsam. Wessen Schuld war das denn jetzt? Eigentlich über der auch Pferd, oder? Ja. Sagen wir mal beide. Ich finde in dem Spiel kommt diese Mattlackierung vom Red Bull nicht so geil rüber wie in echt. Ja. 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 Du hast einen Durchfallstarten. Ja. Ja, weil ihr nur, ich bin auch ein Frühstart, weil ihr ein Frühstart gemacht habt. Ey. Geil. müssen wir jetzt erst auf alle an die box darüber nicht oder doch über dann viel frühstart nein virtuell ist nur ich kann schnell fahren ja ich auch mache ich auch weil ich muss in den box ja ich auch jetzt muss ich langsam werden gut damit steht fest dass rügel gewonnen hat ich gehe auch mal nicht an die box das letzte mal was auch so komisch fahr mal weiter wenn ich nicht platzen scheiß zeitpunkt worüber die kurve ich beschissen bekommen das hätte ich nicht machen sollen das hat zeit gekostet jetzt wechseln die meine reifen das habe ich mir eben gedacht zeigt auch an box bei mir der reifen gewechselt jetzt scheint irgendwie ein bug zu sein weil das war ja letztens auch schon mal auf verstappen ist 21 oder die reifen ich habe jetzt schon 35 alles ausgepätschend alles ausgepätschend alles ausgepätschend oder stehenden williams keine zeitstrahl ich bin auch langsam geworden das ist jetzt aktiviert und verfügbar wenn du dich höchstens eine sekunde hinter dem wagen vor dir in der DRS-Zone befindest wo welcher hast du drauf? ich? ja gelb kann man durchfahren mit gelb na eben habe ich es auch geschafft ok 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 jetzt ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich weiß nicht wie er ist oh seins hat es richtig eilig ich lasse mich hier bloß vorbei ich hab keinen platz ich hab keinen platz fabi fährt das ds schild einfach mal um ja ich konnte nicht bremsen ich war auf dem rasen er lässt überhaupt keinen platz erricht was wegen was ich hab 30 kunden bekommen ich hab jetzt schon wieder 20 prozent hätt ich auch gern ich hab bisschen mehr ja du bist in Sektor 2 schneller zieht so dass du ihn in Sektor 2 überholst warum ah ok ach das ja 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 ein bisschen Kies Eigentlich habe ich diese Kurve nicht verkackt gerade. Die letzte nehme ich immer so schreit. Ich sage mal so, so wie ich mich immer in dieser Kurve verbremse, kannst du dir wahrscheinlich denken, dass meine Reifen nicht mehr geil sind. Packt ja noch eine schnelle Runde hier aus. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Ich verbremse mich aber auch einmal. Oh man, jetzt merke ich auch. Fünf Runden kommt ja mit dem Benzin noch aus. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Cool, dass es das jetzt gibt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Du siehst aber definitiv Reifenspuren, wenn der Reifen abgefahren ist. Fünf Rundfunk. Du siehst? Okay. Du siehst. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde, damit kannst du nicht ewig mit Mischung reif haben, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Fabi, wie viel Prozent hast du denn? 56. Ich habe 81. Ach du Scheiße. Ey, so orange der Reifen ey. Das ist echt krass, dass du noch da fahren kannst. 84. Ja aber ich fahre jetzt nicht mehr Vollspeed hier, das bringt jetzt nichts mehr. Wobei ich mich lang bei deinen drei Sekunden gehalten hatte. Boah, bitte Reifen halt noch eine Runde aus. Das ist wie damals Kimi Raikön, wo Reifenwechsel verboten waren, wo in der letzten Runde der Reifen geplatzt ist. So fühle ich mich grad. Das Graining ist so krass. 9,4 Sekunden. Ja, der Rübe haut hier nochmal einen raus. Was? Boah, sieben tausendstel schneller. Ne, 2000. 90 Prozent. Was? Du hast kein Benzin mehr? Auf dem Marker fahren schon zwei ran. Jetzt hab ich eh mehr Schuss. Hey. Ich schlepp mich mir mit dem linken Reifen auf 93 Prozent ins Ziel. Das ist echt unglaublich. Das ist echt unglaublich.